Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Wir haben hier einen Geheimgang der Vox Populi gefunden. Populi? Populi? Wie auch immer. Ah, das Geheimversteckt von denen. The Vox Populi. Reclaim this place. Was? Wo bist du? Schrotflinte. Panzerfaust, da ist die Panzerfaust. Interesting. Ist jetzt die Frage. Die wird nicht viel Schuss haben. Sieben Schuss, das ist gar nicht so schlecht gegen mehrere Gegner. Und eine weitere Infusion, das lohnt sich auf jeden Fall. Zack. Genau das, was wir jetzt brauchen. Interessant. Hey! Hm, da stimmt schon wieder der Ton nicht. Hoffentlich wird sie jetzt nicht zweifach wieder überlagert. Daisy Fitzroy. Ich hab von ihr gelesen. In den Büchern steht sie will Columbia vom Himmel zerren. Jeder hat einen Traum. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein, ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Wie komme ich denn in das letzte Geldstück da? Wollen wir mal jetzt über diese Skylines weiter. Da? Oh. Oh. Da ist er! Zwingt ihn da raus! Geht auf! Geht auf! Geht auf! Geht auf! Dein Totenkopf ist schnell! Geht auf! Geht auf! Und los! Ja! Da müssen wir wo wechseln. Geht auf! Wer ist das? Slade? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Jede Menge Panzerfaust, warum kriege ich so viele Panzerfaustschüsse jetzt? Wird da jetzt vielleicht irgendwie ein starker Gegner oder so kommen? Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen! Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren! Comstock hat nichts getan! Und doch, seht nach oben! Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet! Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden! Hm. Booker, hier ein Gewehr! Hier, Munition! mehr habe ich nicht keine Ahnung das Problem ist, soll ich hier wirklich meine Paketenwerfer jetzt rumbrennen, ich brauche ja irgendwie eine zweite Waffe, wenn ich jetzt zwei fähre, das ist ja auch blöd nehmen wir das Maschinengehör wieder, dass da eine Horde vom Gegner kommt ja, aber wo? die ist nochmal bitte ah, da tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist besorgen wir uns dieses Rockjockey und dann nichts wie weg jetzt geht's hoch 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 Was ist das? Gut. Lass mal die Leichen plündern wieder. Also die Slipper ist eigentlich ganz cool. Könnte ich mal behalten. Okay, da komm ich nicht rein. Hier muss man wieder eine Aufladung machen. Hallo, Dollar Bill! Hm, nichts mehr. Das geht, hilf mir! Ich hab Geld gefunden. Nice. Komm mal her damit. Gut so. Ich habe so eine Elisabeth, könnte ich auch gebrauchen, die mir immer weiter Geld besorgt. Ah, ein weiteres Kiel ist grob. Schock Jockey Elements. Schock Jockey Elements. hola 4 da wollen wir mal gucken ob da hier dieser was kann für gott und vaterland doch hier verehren wir ihn derart gekämpft für unsere liebe stadt die gute stelle um einen break zu machen bis zum nächsten mal hört schon